So, jetzt mal ein kleines Duell. Also, Gitarrist gegen Möchtegern-Gitarrist an der Gittecho-Gitarre. Mal gucken, wer die Plasti-Gitarren-Schlacht gewinnt. Auf ein Neues, ne? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 Also eigentlich bin ich, was du jetzt warst. Seit dem Verteilungsjahren war eigentlich echt leer. Ich hab das Bier schon mal gemacht. Das ging ja so gut. Das ist voll. Oh, eine Rakete. Wie ist? Ich will auch eine Rakete haben. Ich bin groß. Du hast mich überfahren. Oh, fang. Geh weg, geh weg. Nein. Oh, das ist eine Rampe. Geil. Nein. Du kannst. Was? Was ist das? Da war eine Bananen. Oh, ne. Bitte. Wo hast du wieder? Ich bin noch zweiter. Ich war ja schnell. Au. Ja. Normal. Wie ist das passiert? Okay, das war's mit der Zockerei. Ich sag schon mal vielen Dank an euch beide. Und wir haben jetzt noch für euch ein Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr hier das ganze Paket, was hier liegt, gewinnen. Also mit Guitar Hero, mit der Wii, mit Wii Play, mit einem Nunchuck. Und die Jungs werden auch noch die Facepaid von Guitar Hero unterzeichnen. Und drei hand-signierte CDs schmeißen wir auch noch mit rein. Und ihr schickt einfach eine Mail an gewinnspiel-at-wie-insider.de. Euren Namen, eure Adresse und kurz warum denn ihr unbedingt das gewinnen wollt. Und ja, vielleicht seid ihr dann die Glücklichen, die das ganze Paket gewinnen können. Und ja, jetzt zum Schluss noch eine obligatorische Frage von uns. Welche drei Dinge würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen? Gute Frage. Natürlich ein Wii. Noch zwei oder? Nur eins? Dann noch. Und Guitar Hero. Genau. Und Kabel. Gut, dann also viel Spaß gleich beim Gegner und viel Erfolg. Und Dankeschön nochmal für's Interview.